Ernsthaft? Nette Begrüßung! So, das Ganze wird jetzt hier auf dem Kanal von Katertier auftauchen, mit dem ich hier spiegle. Hier ist er. Sag mal Hallo! Moin Leute! Und das hier ist der zweite Teil von unseren Minecraft Pocket Videos. Dieses Mal findet das auf einer meiner Maps statt. Und auch auf deinem Kanal. Diese habe ich ziemlich lange gebaut. Genau. Wir können das ja mal kurz zeigen. Ja, können wir mal. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, hätte er das auf PS4 oder Xbox oder PC gebaut, wäre er in 5 Minuten fertig gewesen. Okay, vielleicht in einer Stunde oder zwei. Ich wollte gerade sagen. Ja. So, unten ist Zoom. Man kann auch hier drüben so reingehen. Moment. Dann kommen wir mal rüber. Steve. Steve. Erstmal geht es hier nach unten. Also da ist eine Schatzkammer. Ja, hier sind wortwörtlich auch Schätze drin. Du hast Goldlumpen vergessen. Goldlumpen sind nicht so nirgendwo. Sehr gut. Hier oben ist dann der Thronsaal. Soll hier so ein richtiger Bergfried sein. Jo. Das sieht auch so geil aus hier mit den Druckplatten. Wehe, wenn ich einen Copyright Strike bekomme. Das Video hat 1,8,7 Millionen Aufrufe. Ja, komm mal rein. Was? Moin. So. Wir zeigen jetzt nochmal alles. Hier ist natürlich auch eine Treppe und so. Ja, und wenn man mal nach oben guckt, man hat eine geile Aussicht. Aber Achtung, da ist Blas. Und wenn es regnet? Achso, ja. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Hier hinten geht es dann auch hoch. Kommen Sie mal hinterher, Herr Stief. Und als nächstes gehen wir mal in die Außenmauer. Und Leute, ich muss sagen, die ist komplett ausgebaut. Das war auch der größte Aufwand. Ja, die ist wirklich, also... Ja, sie ist dick. Hier hinten geht es rein. Ich wollte kurz sagen, wollen Sie jetzt den ganzen Weg alleine laufen? Wir sind jetzt erstmal in Etage 1. Die geht einmal komplett rum. Hier vorne ist es natürlich etwas größer wegen dem eigentlichen Tor. Ja. Dann geht es hier nochmal runter. In die nächste Etage. Ja, wer jemand das Stockwerk da nennt. Und jetzt sind wir im letzten Stockwerk. Natürlich auch wieder alles ausgebaut. Kommen Sie mal hinterher. Also man sieht, es war wirklich ganz schön Arbeit. Ja. Es gab so Momente, wo ich am liebsten mein Handy genommen hätte und ab aus dem Fenster. Ja, wir gehen einfach mal hier durch. So, nice Burg auf jeden Fall. Ich wollte erstmal überall so blöde Holzlappen vormachen, da hab ich mir gedacht, ne, nein, das lässt du. So, jetzt haben wir uns euch hier die wundervolle Burg gezeigt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut auch bei mir nochmal vorbei. Laserwrestler Erik Breitler. Ja, ich hab ne Idee. Lass mal einen unterirdischen Tunnel bauen. Guck mal mit. Auf geht's. Soo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao. üu på